so dann geht es heute mit teil zwei zumindest mal weiter der ok wir können sie nur zu zweit spielen ja ihr könnt tatsächlich die nächste mission nur zu zweit spielen ich weiß nicht ob ihr die noch machen wollte danach wer will er mit mir zusammen die eine mission noch machen auch so viele die zwei nicht machen die zwei nicht möchten dann mache ich dann lade ich jetzt ein was habt ihr eine ruhe gelocken ok das wird wahrscheinlich nachdem wieder zu 14 und weiter gehen so hätte ich das am riko so bescheid dann kann ich starten benzin schniffler mal gut dann auch der zeugte mission tankstelle sexy schnauze schnauze die 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 das die 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 Stange Zuckerwaffe eine stange zuckerwarte ja ich stelle mich aufm rocker drauf und hat da was rein weißt du wir sind zwar getrennte fahrzeuge nehmen so naja bevor die komisch ja da halten wir die dinge am hecke und nochmal heckantrieb aber jetzt müssen wir aufpassen es kann sein dass wir jetzt wir dürfen natürlich jetzt keine die autos sich entdecken lassen schätze dass wir kein zeitlehr mit drin haben also ich sehe da vorne schon ganz viele bullen ja du musst darum fahren und darfst du nicht jetzt vorbeifahren du musst halt immer gucken wenn du so weiter um den kopf auf sich zukommen sie zu den seitengasse fahren Du bist entdeckt worden. Ja, der stand an der Ampel. Ja, da hättest du jetzt... Da musst du ein bisschen drauf achten, dass du den nicht da direkt ranfährst. Bin ich auch nicht. Naja. Alles gut. Er hat sich einfach nur gedreht. Ja, und sobald du siehst, Kopf, da muss ich direkt... Da musst du weg. Ich hab auch immer mal wieder welche gehabt. Direkt an der Seitengasse oder so verschwinden. Aber ich glaube, das ist alles gut. Nicht schlimm. Na, wir müssen nochmal da starten. Okay. No probleme. Ich hoffe, das sieht man. Werner's legal problem means all Werner's shit being seized by the police. They trying to take all that nigga rides. One time I see him on the move, Werner's in trouble. Which means I'm in real trouble. Which means your ass is in big fucking trouble. My nigga, you like the birds on the bottom branch of the tree all covered up in a hot bird shit. But you ain't complaining. Because you get that this is the natural order of things. When you get these on top of the tree, he'll still be shit on you. But there'll be less shit and there'll be more shit. Ich warte nur darauf, dass ihr fertig seid. Das kann ein bisschen dauern. Wir versuchen es. Das Problem ist einfach, dass die Kopze Ball dazu spawnen. Dass die hier bei mir ein bisschen in der Nähe sind. Gerade alle mit vier Autos oder so. Okay, also ich bin jetzt fast da. Ja, ja, ich brauch noch einen Moment. Ich stehe oben am CIRP-Club quasi in der Nähe. Nee, dauern ein Stück weiter. Aber ich muss halt gucken, dass ich jetzt den Lower there weckkriege. Weil es wohl die Route, die ich fahren wollte, ist quasi belegt. Komm, du fährst jetzt nicht links, oder? Nee, fährst du nicht, okay. So, dann fahren wir jetzt da hoch. Ich habe nur 1,2 Kilometer. Ich bin gleich da. So, geschafft. So, ich bin gleich da. Wir haben die Witz day in, like, 2 weeks. Hey, man, shit. Die Brawler haben über den Selle. Sie sind zu boosten Rides. Hey, was ist das? Wer ist das? Oh, fuck. Wait. Jetzt sind sie vom Tauber. Oh, dann 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 sind sie vom Tauber. also ich brauche mal jemandem ist in den arsch freiheiten oder die seite dann wollte ich die an der seite von der seite war nicht kommt noch ein auto irgendwo kümmere ich mich darum habe ich ja ich habe ja geschafft glaube ich oder ja also zumindest sind wir so weit durch das ist das ist das ist das ist das ist good job! make the fuck out of here with that bullshit! we are fucked up! man Bernie gonna be pissed! fuck! good man! look ok try it and you fail misery as fuck but like a wise boss that I am I forgive your bitch ass the fuck out of here man thank you for trying man I'll holler you later man I'm about to go get some trees gut gemacht ja was ist das noch mal entdeckt wurden aber danach haben wir sie hingekriegt jetzt mal statt der drüber gar nicht dort ja ich habe bald einmal gehabt wo sie mit 333 über die rote kam sie muss in der seiten gasse ja 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 immer dieses rumgefügelt so gut jetzt mal kurz auf die nächste einladung dann kann man weitermachen ich weiß nicht ob wir dann noch sofort dabei sind aber eigentlich schon ich ziehe jetzt durch komplett oder nachgucken ja dann hatte ich dich gleich und wenn es wieder eine 2 mission ist hatte ich ja ich habe ja gefragt der bock drauf hat und da ist da keiner geantwortet auch sein riko ich hätte ich ja so eingeladen aber du hast ja auch gar nichts gesagt dazu ich glaube dass kein bock auf die ich wollte nur nicht immer die anderen ausschließen nur weil wir hier immer aufnahme machen na alles ist gut wie gesagt was passiert jetzt jetzt kommt die nächste mission so nächste mission ist verfügbar ah die sagt hier vorne das ist gut die ist gott so lang direkt hier vorne das ist gut das ist gut das ist gut das ist gut die und die schleswig die